So, da sind wir schon wieder zurück mit dem nächsten Video bzw. dem nächsten Tipp für euch. Und um was soll es diesmal gehen? Richtig, um die Angel. Die Angel könnt ihr bei Haldor kaufen, die ihr Haldor finden könnt oder falls ihr ihn schon gefunden habt, natürlich bei Haldor selbst. Da gibt es auch hier diese sogenannten Angelköder. Ob die das wirklich was bringen? Ich weiß nicht wirklich. Weil bis jetzt habe ich glaube ich jeden Fisch auch so gekriegt, aber ich habe jetzt keinen Köder gesehen. Aber wie gesagt, den Fisch findet ihr bei Haldor. Wenn ihr nicht wisst, wo ihr den findet, guckt einfach mal bei mir in der Playlist nach. Da werdet ihr das Video auch finden, da wo ich es zu 100% hingeschrieben habe, dass man ihn finden kann. Jetzt gehen wir mal kurz die Angel durch, denn wir sehen schon, 6 Fische haben wir gefangen, aber 6 Fisch gab bei mir, 2 Fische haben schon gefangen. So, wie geht man mit der Angel? Einfach voll auswerfen. Tipp schon jetzt, holt sie dann mit Rechtsklick ganz langsam wieder zurück. Denn zum Ranziehen von dem Fisch braucht man Ausdauer. Und wie schnell die Ausdauer weg ist, wissen wir ja. Wie ihr seht, jetzt hat einer noch nicht angebissen. Immer noch nicht. Immer noch nicht. Ich sage, die wollen einen echt ärgern. Hier muss man echt aufpassen. So, ich ziehe noch ein bisschen zurück. Da, zack. Nein! Nein! Verkehrt gemacht. Mit Rechtsklick dann einfach wieder weiterziehen. Einfach konstant gedrückt halten. Ich habe jetzt aus Versehen die Angel wieder neu ausgeworfen. So, der berühmte Porfie-Effekt. So, wir sehen die Fische da. Noch keine am Haken. So, ein bisschen zuppeln. Rechtsklick. Noch ein Rechtsklick. Am Haken. Und jetzt voll gedrückt halten. Ihr seht, der Ausbau-Balken geht runter. Nein, hier wird nicht erkommen. Ja, die Fische sind natürlich jetzt nicht grafisch so top dargestellt. So, ich halte weiter gedrückt, 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 gedrückt und zack. Zwei Fische gefangen. Mal gucken, der hier. Nein, der. Dann gehen sie wieder zurück, die kleinen Feiglinge. So, probieren wir das Ganze nochmal. Also, mit Linksklick rauswerfen. Zack. Noch auf die Ausdauer ein bisschen achten. So, mal leicht mit Rechtsklick wieder zurückziehen. Und, weißte einer. Zack, der hat angebissen. Schon direkt die rechte Maustaste. Einfach gedrückt halten. Ich glaube, das ist ein Schwarzer. Eine Schwarze gibt mehr. Nee, das ist ein Normaler. Zack, einfach gedrückt halten, gedrückt halten. Aber selbst wenn ihr jetzt loslasst, der kommt nicht weg. Zack, aufheben. Wieder vier Fisch. So haben wir jetzt schon zwölf Fische gefangen, in Anführungszeichen. Aber ein Rezept für die Fische haben wir noch nicht, gell? Nee, Rezept haben wir noch nicht. Aber, ich denke mal, mit dem nächsten Boss oder dem nächsten Item werden wir das auch finden. Wenn ich euch helfen konnte, wie ihr die Angel bekommt und wie man richtig angelt, dann lasst doch gerne ein Like da. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch macht viel Spaß mit dem Spiel und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.